Wuragil. Am Rande des Waldes lebte ein sehr armes Ehepaar. Es hatte sieben kleine Kinder. Zu ihrem Lebensunterhalt sammelte der Vater im Wald Holz und verkaufte es im Dorf. Sein Ertrag war weit davon entfernt auszureichen. Den Kindern ging es sehr elend. Ihre Körper waren spindelde und ihre Kleider völlig zerrissen. Von Tag zu Tag wurde das Gemüt des Vaters bedrückter und der Gedanke keimte in ihm, seine Kinder mitten im Wald auszusetzen. Eines Nachts, als die Kinder schon schliefen, beriet er sich mit seiner Frau. Er sagte, Mack, von Tag zu Tag finde ich unseren Lebensunterhalt schwerer. Der Erlös aus dem Verkauf des Holzes reicht nicht mehr aus, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Ich bin der Meinung, es wäre am besten, wir setzen unsere Kinder einfach mitten im Wald aus. Unter Weinen antwortete seine Frau, Nein, Mack, setze unsere Kinder nicht aus. Was soll ihnen geschehen? Im Wald gibt es viele wilde Tiere. Wie die Frau sich auch dem Willen des Mannes widersetzte, er blieb fest bei seinem Entschluss, die Kinder auszusetzen. Ihr Gespräch hatte das jüngste Kind, Buragil, gehört. Und als es vernahm, was sein Vater mit ihm vorhatte, verließ er das Haus, sammelte so viele kleine Steine wie möglich und steckte sie in seine Jackentasche. Früh am Morgen forderte der Vater die Kinder auf, mit in den Wald zu kommen. Als sie dann mitten im Wald angelangt waren, sagte der Vater, Ihr wartet hier, ich werde Holz suchen. Geht auf keinen Fall weg, bevor ich nicht wieder hereingekommen bin. Buragil jedoch kannte die Absicht seines Vaters. Und als er nicht mehr zu sehen war, forderte er seine ältere Geschwister auf, mit nach Hause zurückzukehren. Buragil ging voran, die Geschwister hinter ihm. Er folgte den Stein, die er auf dem Hinweg hatte fallen lassen. Kaum war ihr Vater zu Hause angekommen, waren seine Kinder auch schon da. Der Vater erschrak, als er seine Kinder heimkommen sah, und sein Herz schlug heftig. Eines Tages war die Lage im Haushalt noch schlechter geworden. Und der Erlös vom Verkauf des Holzes reichte nicht mehr aus, Reis zu kaufen. Da kaufte der Vater Maiskörner, die er zu Hause gerecht verteilte. Buragil bemerkte das einsilbige Verhalten seines Vaters und aß seinen Anteil an den Maiskörnern nicht. Am Morgen des nächsten Tages forderte der Vater die Kinder auf, in den Wald zu kommen. Buragil war auf der Hut, und bei jedem Schritt ließ er ein Maiskorn hinfallen. Sein Unglück war jedoch, dass Tauben die hingeworfenen Körner allesamt aufblickten. Mitten im Wald hieß der Vater sie warten. Er werde, wie er sagte, Holz suchen. Nachdem er sich entfernt hatte, forderte Buragil seine älteren Geschwister auf, mit nach Hause zurückzukehren. Aber sie verloren ihren Weg, weil die Tauben die hingeworfenen Maiskörner aufgepickt hatten. So marschierten sie ohne Richtung und ohne Ziel. Als sie die Hälfte des Tages gewandert waren, sahen sie in der Ferne Rauch aufsteigen. Sie suchten, woher der Rauch kam, und es zeigte sich, dass er von einem Haus stammte. Die Kinder freuten sich von Herzen, auf Menschen zu stoßen. Sie klopften an die Tür, und eine alte Frau empfing sie. Sie war sehr freundlich und gab ihnen Essen und Trinken. Wer war die Alte? Eine Dämonin. Und dieses Haus war das eines Dämons und seiner Frau, der Dämonin. Der Dämon selbst war gerade weg auf der Suche nach Beute. Er besaß als Besonderheit ein Paar Zauberschuhe, mit denen er sehr schnell gehen konnte. Auch hatte er sieben Kinder, die mit Buragil und seinen älteren Geschwistern etwa gleich alt und gleich groß waren. Am Abend erst kam der Dämon nach Hause. Sein Jagdertrag war sehr groß. Als er das Haus betrat, roch er die Menschen und fragte seine Frau. Alte, ich rieche Menschen. Hast du Menschen da? Seine Frau antwortete. Du hast recht. Vorhin sind sieben Kinder hierher gekommen. Sie schlafen bereits in der Kammer mit unseren Kindern. Ich will sie, Alte, sagte da der Dämon. Gut, aber warte auf die Nacht, bis sie wahrscheinlich tief schlafen. Und merke dir, die mit Tigerfällen zugedeckten sind unsere Kinder. Aber die, die mit Lammfällen zugedeckt sind, die kannst du essen. Mach aber keinen Fehler. Buragil hatte ihre Unterhaltung gehört. Und als es ruhig wurde, stand er auf, nahm die Decken der Dämonenkinder und bedeckte seine Geschwister damit. Auch er nimmt eine Decke von den Decken. Den Dämonenkindern gab er die Lammfelldecken. Mitten in der Nacht kam der Dämon in ihr Zimmer und betastete die schlafenden Kinder. Als er die mit dem Lammfell zugedeckten Kinder ertastete, aß er sie eins nach dem anderen, bis alle sieben gegessen waren. Danach ging er wieder schlafen. Und weil er satt war, schlief er tief. Am Morgen, als die Dämmerung kam, stand Buragil auf und weckte seine älteren Geschwister. Verstohlen suchte sie die Zauberschuhe, die dem Dämon gehörten. Als sie sie entdeckt hatten, nahm Buragil sie an und zog sie an. Dann fasste er seine Geschwister an der Hand und sie wurden davongetragen. Sie gingen so schnell, als würden sie fliegen. Der Dämon war von flüsternden Stimmen geweckt worden und ging in das Zimmer seiner Kinder. Doch was sah er? Es waren nur noch Knochen übrig. Da fühlte er sich betrogen, denn er hatte seine eigenen Kinder gegessen. Er ging wieder in sein Zimmer, um die Zauberschuhe zu holen und die sieben geflohenen Kinder zu verfolgen. Wie erschrak er, denn seine Schuhe waren nicht da. Voll Zorn knischte er mit den Zähnen, aber er konnte nun überhaupt nichts machen. Buragil lief immerzu mit seinen Geschwistern an der Hand. Schließlich kamen sie in ein Land, in dem gerade ein Wettbewerb stattfand. Wer so schnell liefe, dass kein Mensch ihn einholen konnte, sollte der Schwiegersohn des Herrschers werden und später an seine Stelle treten. Buragil beteiligte sich an dem Wettbewerb und er war bereit, als Einsatz seinen Kopf abschlagen zu lassen, wenn er besiegt werden sollte. Der Wettkampf begann und die Zuschauer, die an dem Geschehen teilnahmen, lernten und klatschten Beifall. Dank seiner Zauberschuhe war Buragil nicht zu besiegen und man bestimmte ihn als Sieger. Dann wurde er der Schwiegersohn des Raja und weil der schon alt war, erhob man ihn bald auch zum Herrscher. Nachdem Buragil Herrscher geworden war, machte er seine älteren Geschwister zu hohen Würdenträgern. Ihr Leben war angenehm geworden. Eines Tages gedachte Raja Buragil seinen Eltern am Rande des Waldes. Er befahl den Würdenträgern, seinen Vater und seine Mutter herzuholen. Die Eltern erschraken sehr, weil der Herrscher sie rief und mit bebendem Körper brachen sie von den Würdenträgern begleitet zu dem Palast auf. Dort angekommen, traten sie mit vielen Verneigungen und Kniefällen vor den Herrscher. Der fragte sie, Babak und Emak, ich möchte euch fragen, ob ihr Kinder besitzt. Die alten Leute ängstigten sich noch mehr, denn sie fühlten sich schuldig, ihre Kinder ausgesetzt zu haben und kniefällig sagten sie, Das ist richtig, Herr, wir haben sieben Kinder. Aber weil wir sie nicht ernähren konnten, haben wir sie mitten im Wald ausgesetzt. Ob sie noch leben oder tot sind, wissen wir nicht. Würdet ihr eure Kinder noch erkennen, wenn ihr ihnen begegnet? Den Wurakil würden wir genau erkennen, Herr. Auf seinem Kopf ist ein Mahl, weil seine Mutter mit einem Rotanrohr dorthin geschlagen hat. Bitte, seht einmal auf mein Haupt. Nach vielen Kniefällen untersuchten die alten Leute das Haupt des Herrschers. Es zeigte sich, dass sich auf seinem Kopf ein Mahl befand, das dem Wurakils glich. Dennoch fürchteten sich die alten Leute anzuerkennen, dass der Herrscher ihr Kind war. Doch schließlich weinten und umarmten sie sich vor Freude. Von diesem Tag an wohnten die alten Leute im Palast und ihr Leben wurde angenehm und sicher. Es ist ein Mahl. Das ist ein Mahl. Von dem Auverschern... Und unteren wir Sie sehen. und ihr wartepotet wird, den ich resembles sein.